Ein kurzer Blick auf den aktuellen Nachrichtenstand mit heute Express. Bundespräsident Steinmeier darf vorerst das Gesetz nicht unterschreiben, das den gemeinsamen EU-Hilfsfonds zur Bekämpfung der Pandemiefolgen freigeben soll. Das hat das Bundesverfassungsgericht entschieden. Insgesamt geht es um Zuschüsse für EU-Mitgliedstaaten in Höhe von 390 Milliarden Euro sowie 360 Milliarden Euro in Form von Krediten. Die Bundesregierung will Frankreich ab Montag als Corona-Hochinzidenzgebiet einstufen. Dann müssen Einreisende an der Grenze einen negativen Corona-Test vorlegen, auch die zehntausenden Pendler. Wer per Flugzeug nach Deutschland einreist, muss sich sogar unabhängig von der Corona-Lage im Staatland testen lassen. Dies gelte ab Dienstag, teilte Gesundheitsminister Spahn mit. Klima- und Naturschutz soll sich bei der Verteilung von EU-Hilfen für Landwirte künftig mehr auszahlen. Die Landwirtschaftsminister von Bund und Ländern haben sich nach monatelangem Streit geeinigt. In Zukunft sollen 25 Prozent der Direktzahlungen an Umweltleistungen gekoppelt werden. Zu wenig kritisieren Umweltverbände. Bislang ist vor allem die Größe ausschlaggebend, egal ob umweltschonend bewirtschaftet oder nicht. In Ägypten sind beim Zusammenstoß von zwei Zügen mindestens 32 Menschen ums Leben gekommen. Mindestens 90 wurden verletzt. Wie die Eisenbahnbehörde mitteilte, hatte jemand im vorausfahrenden Zug die Notbremse gezogen. Der zweite Zug sei dann hineingerast. Das war es erstmal von uns. Einen schönen Freitag. Tschüss. Einen schönen Freitag. Musik 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 Musik